Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das, was mit ihnen geschehen ist, wird normalerweise von Menschen begangen, die ihr Opfer gut kennen. Sie sagten, es hört auf. Das stimmt nicht. Es tut immer noch weh. Die Einzige, die das verstehen kann, bist du. Was hast du den Leuten über Peyton erzählt? Peyton! Mein Sohn gerade war ja noch hier. Was hast du den Leuten über Peyton erzählt? Ich weiß nicht, was du meinst. Hör auf zu lügen! Ich bin Detective Ola vom Richmond Police Department. Jemand brach in ein Haus ein. Davon weiß ich allen gar nichts. Ich sah dich und deinen Sohn. Als ich ins Badezimmer kam, redete sie. Worum ging es? Du brauchst Hilfe, Esther. Doch die bekommst du nicht von mir. Nennen sie Namen. Spucken sie es aus. Ich würde dir niemals wehtun. Gut, hören Sie. Ich habe etwas gefunden, von dem ich glaube, dass Sie es wissen müssen. Wer zur Hölle war sie wirklich? Verstehst du nicht? Wir sind ein und dasselbe. Nie mehr lügen. Ja, auch, dass es möglich ist, mit jemandem zu reden, auch wenn er schon gestorben ist. Wie, du willst mit Debbie reden? Ja. Debbie, falls du uns hören kannst, du fehlst mir. Kommt wieder runter. Es ist ein altes Haus. Oh mein Gott. Kommt wieder runter. Kommt wieder runter.